so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play need for speed heat und wir machen heute weiter mit ein paar rennen und zwar müssen wir ja ein bisschen ja magentauschung auf den porsche wieder zurück weil wir müssen oder wir wollen in dieser folge noch mal ein zwei rennen fahren und zwar heißt es ja deswegen eigentlich war es anders geplant was anders geplant aber gut okay müssen wir es halt so machen wir brauchen sind kohle weil wir müssen nämlich die gute meli holen ich habe mein deutsch ist umgebaut auf den rally wagen und ja keine sorge gute ich knall dich noch weg ich krieg dich da noch wenn ich aber noch ein flamingo wenn ich mir kurz noch mitnehmen auch das ist wieder geld wo wir sie denn hier das sind 200.000 keine sorge wenn deutsch erstmal fertig ist mit den ein zwei teilen noch dann kriege ich dich noch mal eine gute also diese folge fahren wir zwei rennen und wir haben ein bisschen kohle verdienen dann bauen wir den deutsche auf mit der nächsten folge fahre ich die story mode und dann fahren wir noch mal vielleicht ein kleines rennen und dann sind wir schon durch eigentlich was anders geplant ich wollte dann nämlich eigentlich noch mal in die nacht gehen damit wir level 20 erreichen können das haben wir was machen so kem wir rein ins match ins rennen Das war's für heute. So, hei du, auf geht's. Geh mal weg da. So, das war's für heute. So, da sind wir aber schon vorbei. Wir sind durch mit der ersten von drei Runden. Ja, da sind jetzt gerade noch ein, zwei Autos, die ein bisschen dranhängen. Ja, da habe ich das letzte Rennen ein bisschen zu sehr auf die leichte Schulter genommen. Und das ist dann ziemlich schief gegangen. Die hat uns nämlich in drei Versuchen immer nass gemacht, die gute Nelly. Aber ich kriegste, wie gesagt, ich kriegste noch. So, letzte Rennie hier. So. 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 Das war's. So, wir fahren momentan einen Kilometer zum Tee, weil die Henkel ist an der Backe, das tut sie nämlich nicht mehr. Na schade, ich dachte, ich krieg sie doch oft geholt, aber wäre es auch nicht wichtig. Wäre eine Überrundung nur gewesen. So, Hammer! Und diese 27.000 nehmen wir gerne mit und damit wäre das cool. Das wäre zumindest mal ein neuer Bausatz von so einem Camaro. So, ich guck gerade mal, ob wir noch ein Rennen an, was jetzt gerade... ...vervor quer fällt. Wofür bringt uns das überhaupt an Kohle? Ja, das wäre gut. Wir müssen ja nämlich heute ein bisschen Kohle steffeln, damit wir überhaupt weiterkommen. Ja, da muss es halt mal noch ein bisschen warten, bis es dann irgendwann mal... ...mit den...diesen Karten...Missionen, die da auch noch offen steht, die wir da weitermachen können. Das kann man nicht wirklich auf Level 20, das war so Level 30, aber das brauchen wir noch ein bisschen. Wir sind mit der Level 19, oder 19 und die Hälfte. Ich stelle die Anlage noch mal mit. So, fahren wir heute quer fällt. Hier soll der Erster werden, das ist natürlich in den meisten Rennen, das ist hier... ...ja, kriegen wir schon den Weg. Ja, da fährt der Mustang, der war eigentlich tatsächlich die ursprüngliche Wahl. Den wollte ich mich eigentlich noch geholt haben, weil ich finde das Auto hat sich ganz cool, aber... ...dann ist es heute die Giulia gewonnen. Ja, das war so. Für mich heute für euch. Dann... So, wir sind wieder ein bisschen konzentriert. lona mit dem ja dann ist es der cabaro z28 jahres 2014 auch mal eben schon im auto aber ich habe mich auch nicht das ist ein ferrari oder sowas wird ist aber lambo könnte ich überlegen aber eine ferrari wird wahrscheinlich nicht aber so die erste runde geht schon mal an uns die haben mitgenommen dann haben wir das vergleiche das weiter auch doch sitzt ein bisschen dran an uns lola folgt mir lola rennt die fährt und fährt und fährt und ich hab mir vorliegen jetzt mal hinterher noch keine sorge wir machen bald noch mal ein bisschen was in der nacht aber er merkt ja gerade selber dass das jetzt gerade ein bisschen alles prio hat eigentlich war es alles war es dass ich das gewandte durch die seine renn nicht geschafft habe musste ich jetzt ein bisschen improvisieren was ich habe schon gesagt So, damit haben wir schon mal unsere Konkurrenz abgehängt. Ich glaube, die Runde wird es wahrscheinlich nicht mehr werden. Ist aber auch, wie gesagt, nicht tragisch. So. So, nehmen wir die 26.000 mal mit nach Hause. So. Haben wir also aber eigentlich beide auch gefahren. Wir haben sie ja gewonnen. So, okay. Ähm. Garage. Und dann stecken wir noch ein bisschen Tuning rein. Und dann bin ich die Folge. Und in der nächsten Folge probieren wir es dann noch mal. Ich glaube, wir haben aber beide Rennen, wir haben zwei Rennen gefahren. Einmal haben wir nicht hier oben, genau. Haben wir nicht hier oben was gewonnen. Problemkind. Da könnte man auch noch mal ein bisschen Kohle scheffeln. Hier sind wir auf jeden Fall gefahren. Das querfällt. Haben wir denn schon zwei Rennen gefahren die Woche? Wo sind wir nebenbei? Äh, der, 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 heute. Ja. Färber haben wir nämlich noch gefahren, glaube ich sogar. Na ja, alles gut. Bisschen. So, gehen wir rein. Ich hab nachgedacht. Du solltest die Nachtrennen vielleicht sein lassen. Zumindest, bis sich der Sturm etwas gelegt hat. Was? Schade. Ähm. Oh, wir haben schon ein bisschen was zu Level wieder gewonnen, sich gerade. Gucken wir mal, was wir mit dem Wagen tauschen. Ich will dieses andere noch haben, ey. Ich weiß, dass der noch auf 230 getunt ist. Liegt aber auch daran, dass es nur für ein Fahrzeug ist. Mittlerweile. So, gehen wir mal auf Leistung. Neuer Auslauf rein. Und schon hätten wir sie. Neue Kühlung dazu. Neue Steuergerät. Super. Dann ist der Motor nämlich auch super. Und das Auto hoch genug. Und dann können wir nämlich auch endlich diese Story-Mode fahren. Diese Story-Rennen fahren. Weil wir endlich die Autos, das Ding dazu haben. Ich hoffe, dass ich jetzt fahren kann. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen aufpassen mit dem Auto, weil der auch, wie gesagt, nicht mehr auf Straßentuning geht, sondern auf... Aufwärts. Und damit hoffe ich jetzt gleich die gute Nelly-Plätten. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Machen wir mal dann weiter und dann probieren wir es. Schnell-Rennen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020